Hallo und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy. Ja, ich möchte ja mit der Hauptstory weitermachen. Jetzt habe ich hier gerade noch gesehen, dass es noch etwas gibt von einer Hauptstory. Ich klicke da mal eben drauf. Möchte dir etwas über die Materie-Extraktion erklären? Okay. Also ich bin ganz ehrlich, ich würde jetzt gerne mit der Hauptstory weitermachen, aber nachher vergesse ich, dass dieser Typ hier steht und da er mir nur etwas erklären möchte, würde ich sagen, schieben wir das mal eben schnell dazwischen. Waffen oder Rüstungen, die sich lange im Gebrauch befinden, nehmen einen Teil der Persönlichkeit ihres Besitzers an. Es ist, als ob das Material selbst eine Seele hätte. Du glaubst mir nicht? Ich werde es dir beweisen. Es gibt eine Methode, diese Seele in handfeste Eigenschaften eines Gegenstandes zu verwandeln. Materia-Extraktion nennt sich das. Damit zieht man Energie aus einem Gegenstand, zu dem man bereits eine hohe emotionale Bindung aufgebaut hat und formt sie zu sogenannter Materia. Mit dieser kristallinen Substanz lässt sich ein Ausrüstungsgegenstand veredeln. Okay. Er übernimmt Eigenschaften von der Materia. Wenn es dich interessiert, dann weihe ich dich in die Geheimnisse der Materia-Extraktion ein. Also ich habe jetzt irgendwie nur die Hälfte verstanden, aber ja, klar interessiert mich das. Gut, die Seele des ursprünglichen Gegenstandes schlummert nun in der Materia. Man kann sie in einen neuen Gegenstand transferieren und ihn so veredeln. Die Seele von Gegenständen ist so unberechenbar wie die von Lebewesen. Man kann nicht sagen, welche Eigenschaften eine Materia zeigen wird. Die Materia kann nur mit einer besonderen Technik angebracht werden. Wer keine Zeit hat, diese Technik zu erlernen, kann auch einen erfahrenen Handwerker oder die Materia-Einsetzer beauftragen, die man in letzter Zeit allerorts findet. Wenn du aber die Technik erlernen möchtest, mit der man Materia anbringt, dann sprich mit Phobhas. Wie auch immer. Angebrachte Materie, okay. Ja, ich spreche gerne mit ihm, aber ich habe keine Ahnung. Achso, da hinten ist der. Warum kann ich jetzt, also beziehungsweise sie, warum kann ich nicht mit ihr sprechen? Achso, benötigt klasse Job Handwerker. Ein Handwerker auf Mindestensstufe 19. Oh, ist das euer Ernst? Ich glaube, das höchste, was ich habe, ist der Fischer mit 18. Ich gucke mal eben nach. Ja, hier steht... Achso, ich habe Levelrüstung 7 an. Ja, aber der Fischer war das höchste und ich glaube, der hat nur 18. Nein, der hat 19, aber ich kann trotzdem nicht mit ihr reden. Da müssen wir wohl einen richtigen Handwerker haben. Okay, schade. Das ist wirklich schade. Das hätte mich doch sehr interessiert. Können wir aber leider nicht machen. Dann gehen wir jetzt einfach mal direkt weiter zur Hauptquest hier. Oh, Großwachsene. Kommst du für Wotertausch zu Mutagenix, ja? Also sowas ähnliches. Ich wollte ein Deutsch übergeben. Es wohnet das Ding seines Herrn. Es wandelt zu glänzenden Steinen seines Kern. Glänze Materia. Leuchte und Strahl. Du bist der Wille des Besitzers als Kristall. Ehre dein Gut. Benutze es lang. Wandel es um. Sei nur nicht bang. Dann wird es Kristall. Der stärkt, was du hast. Setz ihn ein, so du kannst. Und er passt. Versuchen wir jetzt eigenselbst, ja? Psch. Was schaut Großgewachsene mit Telleraugen? Haben wir schon Freunde werden mit Schüttelhand? Guck. Oh, Minphila hatte ich Weitschicken hierher. Oh Gott. Das vorzulesen ist gerade echt eine Qual. Das tut mir wirklich leid. Lass Mutagenix Wortgeschenk über Materia schenken. Großgewachsene Ohr aufspannen wie Segel, damit Worte ganz im Ohr bekommen. Aber vorzuerst zeigst du, was du da klammerst, greifst. Gott. Psch. Stumpf rund wie Gelmünze. Solche Tötenwerkzeug muss Minphila Müll werfen. Aber für Augenbeispiel soll genügen sein. Wenn ich jetzt nachher nur noch so vorlese, dann tut es mir leid. Hier, Meister, die Materia. Psch. Jetzt heften Auge auf Meisterkönnen. Yay. Materia ist eingesetzt und Koho. Tötenwerkzeug glänzend hell, riesenstark. Mutagenix wird gratis schenken an Milphila. Materia ist eine Art von Kristall. Man gewinnt sie, indem man die ätherische Essenz aus lange und intensiv genutzten Ausrüstungsgegenständen extrahiert. Das hast du mir doch gerade erklärt. Man verfestigt also die Energie, die der Benutzer durch seine wachsende emotionale Bindung mit der Zeit in den Gegenstand hat, einfließen lassen. Natürlich ist nicht jeder beliebige alte Gegenstand auch zur Materia-Synthese geeignet. Aber sobald du Materia gewonnen hast, kannst du sie mit einem anderen Gegenstand einsetzen und seine Eigenschaften damit verbessern. Interessant ist, dass man sogar einen kaputten Ramsch wie diesen Dolch da noch aufmotzen kann. Materia ist schon echt heftiges Zeugs. Haben Großwachsende in Augen bekommen, leuchten bei Vorzeigen von Mutagenix. Hören dann mit Spitzeohren, damit Leuchten auch in Denkschale von Großgewachsenen ankommt. Mutzu erst viel bewegen, Hände mit Handwerkmeister. Dann wir zu machen viele Seelen selbst zu Materia-Stein und töten Werkzeug wird stark sein wie harte Fels. Und jetzt gehen mit Schnellschritt. Mutagenix brauchen Einzelzeit für Aufräumen in Gedenkschale. Lernschüler von Mutagenix können löschen Gierwissen von Großwachsende. Macht Zuwörtertausch mit ihnen. Oh Gott. Vielen Dank, dass ich das nicht weiter vorlesen muss. Oh, das habe ich gerade richtig Köre gemacht. Also es tut mir wirklich leid. Minfila. Achso, genau. Wir müssen wieder nach. Ich weiß nicht mehr, wie das da hieß. Aber ich weiß, dass ich mich dahin porten kann. Aber vermutlich nicht von hier aus. Kann ich das eigentlich über die Karte machen? Anscheinend nicht, ne? Naja, egal. Wenn ich dort angekommen bin, dann melde ich mich nicht gleich wieder, sondern schalte ich euch gleich wieder hinzu. Bis gleich. Willkommen zurück, Gameplayerin. Ich hoffe, dein Ausflug zum Feuerhügel war ergebnisreich. Wenn ich was mache, dann immer. Oh, wie meisterhaft. Es ist nicht zu glauben, welchen Unterschied so ein kleines Stückchen Materia macht. Die Technik erfordert zwar zunächst einige Übungen, aber auf lange Sicht macht sich die Mühe auf jeden Fall bezahlt. Du wirst dich noch unzähligen Kämpfen stellen müssen und ganz sicher wird es manchmal eng werden. Materia kann da über Sieg oder Niederlage entscheiden. Diesen Vorsprung solltest du nicht einfach verschenken. Und da wir gerade über Kämpfe sprechen, ich möchte, dass du eine bestimmte Aufgabe erledigst. Tancred hat uns gerade höchst bedeutsame Informationen überbracht. Mein Gott. Wenn man sich mal in ein Wort festgebissen hat. Der Herr des Infernos. Okay. Das Ganze geht nämlich von der Legion der Unsterblichen aus. Sie haben einen Plan ausgearbeitet und uns um Mithilfe gebeten. Mein Gott. Wir setzen großes Vertrauen in dich. Tancred wird später auch zu euch stoßen. Ich hoffe, dass uns dieser Einsatz endlich enthüllt, wohin die Flüchtlinge und die Kristalle der Amargin AG verschwunden sind. Und nicht nur das. Falls wir diese Mission erfolgreich bewältigen, können wir auch der Lösung des Prima-E-Problems und einen bedeutenden Schritt, um einen bedeutenden Schritt näher kommen. Oh mein Gott. Es ist wieder mitten in der Nacht und ich kann wieder nicht lesen. Ich merke das schon. Geh nach Kamp, Knochenbleich, und stoß zu dem Trupp der Legion, der dort wartet. Aber eins muss dir klar sein. Die Kriegerischen Amaljar werden sich niemals freiwillig ergeben. Ja, das haben sie ja bisher noch nie getan. Okay, wo muss ich denn hin? Da bin ich, ja. Und was anderes zeigt er mir noch nicht an. Okay, dann gehen wir erstmal raus. Vielleicht zeigt er es dann an. Ja, wenigstens kommen wir noch raus. Was ist denn hier drin eigentlich? Da hinten sind wir auch noch nie gewesen. Aha. Ich schätze, dass wir wohl später auch mal hier reinkommen werden. Aber jetzt so im Moment scheint da jetzt noch nichts Interessantes zu sein. So, mal schauen. Vielleicht zeigt er mir jetzt an, wo ich hin soll. Ach so, ja klar. Ich bin ja da hinten. Ach, ich bin ja auch sowas von blöd. Kamp, Knochen. Kamp, boah. Kamp, Knochenbleich. Da kann ich unter Garantie wieder nicht einfach so hinporten. Deswegen werde ich das jetzt einfach mal gegen Bezahlung machen. Das ist mir... Nein, 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 nein. Fuck. Ich wollte eigentlich jetzt so die Karte schließen. Aber ich habe anscheinend noch nichts ausgegeben, bevor ich das jetzt gemacht hatte. Ja, so sieht es dann aus, wenn man das erste Mal einfach aus Faulheit von A nach B portet. Weil ich absolut sowas von keine Lust habe, jetzt den ganzen Weg wieder zu laufen. Jetzt bin ich nur gerade am Schauen, weil das ist der mit den Freibriefen. Das ist aber nicht hier drin. Oder ist der irgendwo oben? Nee, jetzt steht er doch. Ha. Die Vertreterin des Bundes der Morgenröte. Mehr Leute haben die nicht. Nicht gerade ein mächtiges Aufgebot. Oder wie siehst du das? Aber wenn du dir das zutraust, also hör zu. Wir wollen uns ein paar Amal-Jah schnappen und sie dann ausquetschen. Bis sie uns sagen, was sie mit den entführten Flüchtlingen angestellt haben. Und Ungust, den zwielichtigen Gesellen, benutzen wir als Köder. Die Echsen wissen ja nicht, dass seine Tarnung aufgeflogen ist. Und werden nichtsahnd heranwackeln, wenn er mit ihnen handeln will. Und dann werden wir ihnen zeigen, mit wem sie es zu tun haben. Kapiert? Klingen schärfer als Hyänenzähne und Fäuste härter als Granit. Das ist unser Leitspruch. Sag mal, Staupäßchen, gehst du mal vom Hinter von dem Typen da weg? In unserem Distrikt werden nicht einfach unschuldige Bürger anführt. Dein Posten ist bei der unsichtbaren Stadt. Warte dort auf Feinkontakt oder bis ich dir andere Order erteile. Machen wir dem lustigen Treiben der Echsen ein Ende. Also, ab geht's. Okay. Wenn du mir jetzt noch sagst, wo die unsichtbare Stadt ist. Wir sind hier unten, da müssen wir da hochgehen. Okay. Gut, dann werde ich mich jetzt mal aufmachen. Ach, das war dieses Dorf, wo man nur auf einer Seite rauskam. Und werde euch gleich hinzuschalten, wenn wir bei der unsichtbaren Stadt sind. Ist der Händler da? Jawohl, Kommandant. Alles ist bereit. Gut, dann warten wir ab, bis sich die Schuppenfiecher zeigen und treiben ihnen das Entführen aus. Jawohl. Was hat das zu bedeuten? Irgendetwas stimmt hier nicht. Ach. Habt ihr euren feinen Plan etwa dem Falschen zugeflüstert? Jetzt seid ihr die Lackmeierten. Na, jetzt ist euch sicher klar, wie ich die Hampelmänner eurer Legion so lange umgehen konnte. Da gab's wohl einen Verräter in den eigenen Reihen. Hahaha. Tja, wer das wohl gewesen sein könnte? Das sieht ja hässlich aus. Ihr Dummköpfe. Ich kann jeden eurer wirren Pläne. Kaum, dass ihr ihn aus euren Weichenhintern gepresst habt. Tja, dann will ich euch nicht länger aufhalten. Ihr habt ja noch was vor. Den Löffel abgeben nämlich. Bitte, sie ignorieren ganz, äh, sie, bitte, sie gehören ganz euch, liebe Freunde vom Stämmen der Amal-Jahre. Es sind ein bisschen viele. Ja? Es sind ein bisschen mehr. Das war's für heute. 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 Ja. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.